Hallo und herzlich willkommen beim HiFi Agent. Hier ist der Steven und heute stelle ich euch von Teufel das Combo 22 Set vor. Teufel stellt hiermit eine Mikro HiFi Einlage mit Bluetooth vor. Bei dem Combo 22 Set werden zwei Regallautsprecher, ein CD Receiver und eine Fernbedienung mitgeliefert. Der CD Receiver hat einen Chinch Eingang Stereo, zwei High Level Lautsprecher Ausgänge, Bluetooth sowie USB 1.1 und USB 2.0. Außerdem bietet er Zusatzfunktionen wie beispielsweise eine Weckfunktion. Die Regallautsprecher haben eine Impulsbelastbarkeit von 80 Watt, einen Frequenzbereich von 80 bis 20.000 Hertz, einen 25 mm Hochtöner und einen 13 mm Tiefmitteltöner. Das Combo 22 Set findet für nur 249,99 Euro den Weg ins eigene Wohnzimmer. Ja, das war's auch schon. Viel Spaß beim Kauf. Weitere Vorstellungen gibt es auf HiFi Agent.de und bis zum nächsten Mal.